Ein Musical, bei dem Kinder in biblische Rollen schlüpfen. Der Name Petrus vom Berufsfischer zum Menschenfischer. Unter der Leitung von Jürgen Nägelmann und seiner Familie organisiert die Langenhagener Gruppe Voice Contact in der Kirche zum Guten Hürden Musicals und Konzerte mit Kindern und Jugendlichen. Con Voice ist der Chor, mit dem wir jeden Montag proben und dieses Musical über ein Jahr lang einstudieren. Und Kontakt ist sozusagen das musikalische, orchestralische, passende Stück dazu, unser Orchester, was sich auch montags immer trifft. Zusammen ergeben wir dann halt Voice-Kontakt. Im Chor singen insgesamt 30 Kinder. Mit den Jahren ist auch der Anspruch an die Performance gestiegen. Geprobt wird seit einem Jahr. Auch mit Licht und Ton. In der Endphase hat man natürlich mehr Proben. Muss noch ein bisschen mehr Zeit da reinstecken, aber insgesamt dann ein ganzes Jahr Übungszeit. Im Musical geht es um den Fischer Petrus. Dieser lernt Jesus kennen. Mit ihm gemeinsam begibt er sich auf eine spannende Abenteuerreise. Ein altes Thema, aufgewertet durch moderne Sprache. Den Kindern gefällt das. Es geht halt darum, dass dieser Petrus erst mal fischen geht und dann dieser Jesus halt einfach in das Boot steigt. Und dadurch lernt er ihn halt kennen und erlebt ganz viele aufregende und aufregende Sachen halt. Wir haben keinen einzigen Fisch gefangen und dann sagt er einfach, geht einfach nochmal fischen und dann fangen die unglaublich viele Fische. Statt im Dezember gibt es das Musical jetzt im Februar zu sehen. Damit entkommt man dem Weihnachtstrubel und findet ganz sicher einen freien Termin, an dem Familien zusammenkommen.